Die neue K iyi youtube He So Hena Wir sind du Ausstieg Sie haben Erfahrung mit So Bad Lynn Nicht 12 und Genies De schon Jetzt bin ich schon wieder geschlossene Gesellschaft, Abteil der Ausgestoßenen. Wir sind hier reingestoßen. Aber ich will ein paar Mönche umbringen. Und dann fickle ich in die Augenlöcher. Okay. Zum Teufel ist ja los. Wir sind hier. Wir sind hier mit Gott. Das ist von allen Leuten ausgerechnet. Ihr Haus habt ihr. Aber es kommt ein... Hältet ausと思ern. Von der Fantzie. Ich habe auch Visionen. Wieso hat sie denn gesagt... Ich höre die ganze Zeit nur so Leute, Hapa. aber ja vielleicht ist das bei mir zu leise, aber ich auch nix das sind halt die die Priester gehen halt Krunk, die werden besoffen Sammelt Dedrische Essenz, Nummer von 20, super, dann müssen wir jetzt schon wieder töten, ne Da ist ein Reh Ein Reh ist kein Dedra, glaube ich Sind die da sicher? Hast du nicht Bumpy gesehen? Ja wohl so wie die sich anhören, ne? Ja irgendwie schon, ja komm, ich glaub nicht, dass religion solche Geräusche macht Nック Nen Wookies zentralen Azuras champ nach langem Meine commence ich weiß nicht Meine guck Dich doch fragen, das fehlt patrol jetzt hab ich dich angeknockt Brief von Außerirdischen entführt warum du... ey meiner guckt der hat... warum der meiner hat den Hals so und dann links zu dir geht und so... nach dem Motto war das gerade passiert was passiert, der Claire will da what the fuck is up, wow und als der Brief gespawnt ist musste ich mich zurückverwandeln damit ich lesen kann äh, muss mal hin hier hin äh, muss scha, rettet Rhea war das französisch? müssen wir schon wieder irgendwo anders hin, ey rettet Kansin, rettet muss scha, rettet Schirea Rhea Kansin, boah was sollte das denn hier, Rhea hör auf alles so sinnlich auszuspringen Kansin, muss scha, scha ja das erste ja weil wir davon ausgehen, dass das leichter ist ja aber wir schaffen können wir da kurz weiter machen ja, wir glaubt, das ist immer nicht erländert ins Kiva, ey, warum sind die so stark als da hin? ja, mit den Ninja Turtles trainiert ja, wir brauchen ein bisschen Skoma dazu schaffen ja stimmt, die war ohne Quest ja, ich weiß so groß sieht das doch nicht aus ja, pass auf, jetzt hat es jetzt mal die Links sind auch noch welche kommen die gleich alle wieder auf uns los, sieht das aus glaube ich sowieso alle getriggert, oder? ok, gehen wir es da lang gehen wir alle darum guck, die wurden nicht getriggert ja, dann die war ja stehen das die kommen jetzt sind wir schon mal weiter als man letztes mal aber wir haben schon einen drei getötet die Einzelne auf uns zugekommen sind ja ich pick mal einen raus welcher finde sie denn am schönsten ich glaube sowieso nicht, das funktioniert aber das geht doch noch bis jetzt wenn meine ganzen wie nennt man solche Angriff nochmal Attack on Area oder irgendwie so Flächenangriffe Attack on Environment, irgendwie sowas A.O.E. Du könntest doch einfach Flächenangriffe nennen, nein ja, professionell sein okay ich hab grad einen Krokodil getriggert aber das kommt hier irgendwie nicht hoch jetzt muss was ist denn verfolgt mir verarschen verarschen heiser blöd das Ding verfolgt mich die ganze Zeit da geht mir selber auch im Hut ich bin jetzt noch A.O.E. m.h A.O.E. Der scheint irgendwie meinen Triggern zu ignorieren, der Typ. So schnell sterbe ich schon nicht. Boah, Alter! Jetzt sind die da hinten getriggert. Super, ey. Ich glaube, jetzt verlieren wir, ey. Ich jedenfalls, Alter, bin gleich tot. Nicht mehr. Ich bin tot. Oh ja. Ja, ich kann nicht wiederbeleben. Da steht doch Warte auf Ende des Kampfes. Ja, das war super. Das war nicht gleich spät im Kampf wiederbeleben kann. Ja, ich weiß. Das war die einzige auch gegenseitig hoch. Aber wird noch werden einen hervorragenden Thron abgeht. Jetzt kann ich mich hier wieder bringen. Ja. Einer hat Geld von dem. Und auch irgendwas herumliegen. Ja, der macht diesen Tanz. Ja. Erst dieser Adling und jetzt ihr Idioten. Ihr gehört nicht hierher. Oh mein Gott, der weiß, wer wir sind. Komm zu mir, meine Scherz. Oh Gott. Du blöd von den Sau. Was machst du jetzt? Komm zu mir, meine Scherz. Alter. Ich tu dir mal mehr rufen. Das ist der Beste ja wahrscheinlich der Garten. Komm zu mir, meine Scherz. Alter. Vorhalb lang. Komm zu mir, meine Scherz. Ja, ich weiß immer. Hahaha. Wir werden immer mehr, ne? Ja. Was? Wir sind zu weit. Komm zu mir, meine Scherz. Komm zu mir, meine Scherz. Töte dich. Okay. Der hat doch fast voller Energie. Komm zu mir, meine Scherz. Ich fühl die ganze Zeit drühen, da verfüllen sich einige von denen wieder. Das hat wohl Probleme, neben zu bleiben manchmal. Komm zu mir, meine Scherz. Das kann ich manchmal nicht bewegen. Alter, gehen die alle auf mich los? Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Arschlich. Er ist tot. Ja, ich gleich auch. Ja, was soll ich dagegen machen? Ja, Mäuse. Feuer. Brennende Flieder, Mäuse. Ich schleif mich mal. Na, jetzt sind zu nett. Ich dachte, die sterben, wenn man denen da tötet. ja ich verfehle den strategisch eine band gestellt damit er nicht weggenommen nein, der hat mich hereingedrängt boah, der guckt mich noch nicht mal an und ich muss bei dem wegrennen ich kann nirgendwo mehr hinrennen reinge doch von hinten, was machst du denn? dann muss der mich die ganze Zeit wegkaufen wenn ich will es nicht die ganze Zeit bewegen das war die beschissene Perspektive gerade bei mir ähm, wir sind das auch nicht, ich seh mich gar nicht mehr na, du Stück Scheiße, wie fühlt sich das an? boah, ich sag dir mal, ich hab jetzt Hunger, ey was? na, das hat mich gerade jetzt im Hintergegenjagd unvorhergesehen Autsch blocken, Daniel also Reaktion ist halt wie so ne Kartoffel, ey ja, ich wollte halt mit ne Manga vielleicht kann ich auch nicht aufwärmen, das ist nervig pass auf, Daniel und der haut dich wieder oben auf, Daniel das wär ich das ist scheiße, der macht halt immer wenn ich am angehalten bin, ey ja, ich suche halt mein Trigger-Move bei dem zu funktionieren, ey oh, ganz toll aber die hat dich durchs Spiel ausgeshoppen ja, die Lehne an meinem Stuhl ist abgefallen dein schlimmster Albtraum, bitch und jetzt kommt die Verstärkung rein, ne? da stehen natürlich wieder so da boah, wir haben voll die Arbeit gemacht, so so Ausgeber ne, Stammkampf 25.000 AP ok hahaha durch meine Attacke sind die deiner Attacke entkommen super gut gemacht 1R Teamwork ich weiß doch nicht, was du vorhast, ey ah, danke für die Hilfe, Leute herzen Klappen wo kommen die denn jetzt, wie sind die denn hier reingekommen? sie muss nehmen wir in Teilen angenommen, der wir sehen aus wie Popo Piraten, ne dann los wieder los ja, wo müssen wir jetzt dann? genau da noch einer da ist einer 2 ok irgendwo kampfgeräusche oh mein gott, die kämpfen sogar was ist nieder los? wir mitmachen oh mein gott, NPCs die sogar kämpfen, ey da mir jinxet bloß nicht, ey sonst wird's problematisch, ey die hören wahrscheinlich gleich sofort auf zu kämpfen, wenn ihr das sagt, ey ich ich pick mir ja immer hier weg ich schnapp mir mal den Heiler wo kann ich jetzt heiler nicht, aber da ist kein Freund oh mein gott oh mein gott, steh ab ich hab'n Heiler getötet, nur sind da viele da ich hab'n Tornado los, lass' das dann hast du deine Hose aufgemacht? wüsste nicht, dass der Tornado heißt oh dieses Geräusch, wenn ich die Knochen oder das Knochen stoße lieber Daniel zuhause, wenn der Druck gefüllt wird warte, ich hab grad was zu trinken gefunden, das muss ich mal nehmen meinst du jetzt bei dir zuhause oder hier im Spiel? im Spiel willst du denn da was finden zuhause, auf einmal läuft der dann, oh, was zu trinken warte, warte, Daniel, jetzt verwitze ich hier Ha, ha ha weil, wenn ihr die Köche kommt, da steht was zu trinken, kommen noch ausrufezeitspedor weh? über deinem Kopf, convince einmal sovieler und zum Flur irgendetwas oder auch irgendwie so eine Flasche runter überhaupt es sp nós jetzt die Sitzung diese Schlappe auf die 2 ich nehme mal was was bin ich dir einfach aus meinem Bildschirm was mit der Antenne höchst allem so im Hintergrund die Nachbarkeit weil er auch hier sieht so aus als wenn er in so Cartoons wenn irgendwie es in der Willen wie von so einem Haken noch von der Bühne gezogen wenn er scheiße ist von der Lager sobald die Macht schon relativ viel Schaden bei mir eigentlich nicht dass ich am sterben bin aber dann luktu ich die ganze Zeit dafür so mit Oh Gott! was war das? Ultimate! Ultimate! was getötetet was das waren die Nasskule Daniel von Header Ringer ja die haben sie so angehört ne ich dachte du hast mir einen Header Ringer für mich gesehen Daniel da muss er mal zu sehen was ist denn? was ist denn? weil die Potter fehlt ne? was? das ist ja doch schlimmer naja pass auf deine Heilung auf wenn sie bei...oh wenn sie bei 0 ist wird die wieder dort einsetzen ja ich muss sie fressen ein Trophäe meine Arme Tochter warum habt ihr das getan? wir haben hier umgebracht was auch eine Trophäe bekommen glaub noch nicht weil so war ein Ehrenleiche irgendwie so ein Kopf oder irgendwie sowas das ist okay okay kannst du jetzt zuhause hinlegen Meister Pellingar hätte mir nicht unsere Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang ich hoffe der ältere Pellingar Zwilling ist nicht auch noch in diese Sache verstrickt heute ist ein finsterer Tag für unsere Stadt doch ist... die Pellingars sind eine Frage die ist nichts aber die Wege er hat eine Klingel da war doch schillig